oh hi und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und zwar habe ich eine kleine frage an euch und das nach dem intro ja und zwar mein hauptkanal also mein let's player kanal gewaltrow let's play ist ein reiner minecraft kanal habe ich restart weil ich halt zu viel ich sag mal anderes hochladen habe mich dadurch ich bin community und beliebter gemacht habe und jetzt mache ich es wieder mit einem neuen minecraft projekt wo ich mich halt naja es ging jetzt kacke aber damit versuche ich halt wieder meine zuschauer zu gewinnen dass sie halt wieder auf meine videos ansprechen dass ich jetzt mehr qualität drauf lege und so sogar es war ich bin ein riesiger pokémon fan und meine frage an euch ist es ob es okay wäre wenn ich auf diesen kanal ein pokémon netz play starten würde und zwar eine randomizer naslock das heißt dass alle pokémon in dieser generation bis zu dieser generation hin da werden und da ergeben sich auch ziemlich lustige sachen bei ich habe schon oft nur ein normaler naslock einfach privat gespielt und da kam echt geile sachen manchmal raus ja deswegen wollte ich fragen ob das okay wir wenn ja dann ist mir einfach daumen oder beziehungsweise einfach um in die info card wird dann das sein einmal danke an brav für mein neues banner youtube banner und ich bin auch in einer neuen allianz dazu kommt aber noch ein extra video bzw im nächsten one piece video oder vielleicht in den pokémon netz play wer weiß und ja ich glaube schon wieder viel zu viel also wir sehen uns dann im nächsten one piece oder so beim pokémon netz play also hot rein bis dann und ciao ist noch mal ist noch mal But it's better than dreaming